Hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Basti und mit mir erfährst du alles, was mit dem Thema Krypto und natürlich mit Krypto-Trading zu tun hat. Wir traden bei Bitcoin bei 38.752 US-Dollar, haben gestern ein neues Jahreshoch gemacht. Unsere beiden Trades mit Cardano und Bitcoin sind mit knapp 26.000 US-Dollar im Profit. Was ich jetzt hier machen werde, was der Ausblick jetzt fürs Wochenende ist und was wir für nächste Woche erwarten können, das erfährst du in diesem Video. Deshalb lasst doch gerne mal ein Like da, gerne diesen Kanal auch abonnieren, das ist für dich komplett kostenlos. Von Montag bis Sonntag bekommst du immer ein Update-Video, damit du dich perfekt auf deinen Trading-Tag vorbereiten kannst. Deshalb join gerne rein, werde auch du zum Bitbuller und ich würde sagen, wir starten direkt rein nach dem Intro. Let's go! Gut, Freunde, also wir sind auf dem 4-Stunden-Chart und ich muss sagen, Bitcoin hat sich genau so verhalten, wie wir es dann auch gestern analysiert haben. Denn wir sind nach oben hinaus gebrochen, sind auf fast, wirklich fast 39.000 Dollar gestiegen. Bei 38.999 US-Dollar war erstmal Feierabend, wurden dann ein bisschen wieder abverkauft, sind jetzt in einer kleineren Konsolidierungsphase bei knapp 38.750 US-Dollar. Und man muss dazu sagen, es sieht weiterhin massiv, massiv gut aus. Denn wir sind weiterhin dabei, diese, meines Distributions wollte ich schon sagen, diese Imbalance im Chart, nämlich diese Vektor-Kerze, hier bis 39.500 US-Dollar abzuholen. Und ich gehe stark davon aus, dass Bitcoin weiterhin hier oben reinlaufen will und möchte und auch wird. Und zwar das Preisziel weiterhin sind unsere 40.000 US-Dollar. Das ist auch ein psychologisch wichtiges Level, 40.000, 45.50, genauso auch nach unten, 35, 30, 25. Ja, das sind dann auch nochmal so psychologisch wichtige Level, wo dann auf jeden Fall viel Volatilität reinkommen wird. Warum? Ganz einfach, weil viele Leute dann dementsprechend kaufen oder verkaufen und dann an diesem Preisniveau dann immer sehr, sehr viel Bewegung im Chart ist. Wie du ganz gut sehen kannst, wie gesagt, die 38.999 US-Dollar war jetzt hier erstmal unser neues Jahreshoch. Unser altes Jahreshoch war das hier, mal den Magnet ausmachen, unser altes Jahreshoch war das hier, sind nach oben hin ausgebrochen, haben das Ganze wirklich wunderschön dann hier nochmal angetestet und sind dann hier weiter nach oben gezogen. Also genau so, wie man eigentlich ein Breakout sehen will. Auch hier unten, unser 50er EMA hat uns ja wunderschönen Support gegeben. Hier unten haben wir ja schöne Positionen dann auch nochmal aufgemacht. Glückwunsch zu knappen 40% mit einem Zehnerhebel, Freunde. Also da geht es auf jeden Fall richtig zur Sache zur Zeit und deshalb würde ich dir wirklich empfehlen, lass definitiv ein Abo da, weil sonst verpasst du nämlich diese Möglichkeit. Und dann bist du nämlich derjenige, der wieder am Bahnhof steht und dem Zug hinterher winkt und der Zug fährt schon ab in die nächste Station. Und das wollen wir natürlich alle nicht. Das heißt, wir schauen uns jetzt hier unten nochmal kurz den MACD an. Der MACD sieht ganz okay aus. Wir haben jetzt auch Wochenende, Samstag, Sonntag wird wahrscheinlich jetzt nicht allzu viel passieren. Deshalb erwartet hier jetzt keine großartigen Kursbewegungen, sondern ich glaube, dass wir hier in dieser Konzentrierungsphase erstmal drin bleiben werden. Das Ganze sieht man auch ganz gut bei unserem Momentum. Das heißt, das Momentum ist jetzt hier eigentlich relativ neutral, ist jetzt auch nicht so krass eingebrochen. Wir hatten ja dann hier unser Bullisches Cross von der Signallinie zu unserer Durchschnittslinie und unser Volumen war dann gestern am gestrigen Tag auch ganz okay, muss man sagen. Aber jetzt auch hier Wochenende. Ich erwarte jetzt am Wochenende keine großartigen Bewegungen hier erstmal. Unser RSI und jetzt wundersamerweise und aufgepasst ist noch nicht im überkauften Bereich. Also immer wenn der RSI in den überkauften Bereich reingegangen ist, konnte man dann immer noch mal eine kleinere Korrektur erwarten. Im Best Case sogar dann nochmal runter auf unseren überverkauften Bereich. So ein ähnliches Szenario, wie wir dann hier gesehen haben. Aber da sind wir halt noch nicht. Das heißt, wir haben noch Luft nach oben. Das bedeutet, Stand jetzt würden wir erst in den überkauften Bereich reingehen, wenn wir über 39.000 Dollar ansteigen würden. Wahrscheinlich Richtung 39.500, 39.600. Erst dann würden wir in den überkauften Bereich reinkommen. Und somit hätten wir auch dann nicht mehr weit entfernt zu unseren 40.000 US-Dollar. Also wenn wir die 40k anhitten, sind wir im überkauften Bereich bei unserem RSI. Was dann dazu führen würde und dafür dann auch nochmal sprechen würde, dass wir durchaus dann da nochmal sehr, sehr stark rejected werden. Und nicht einfach dann auf 41, 42, 43.000 Dollar nach oben pumpen, sondern da kann durchaus dann eine Reaktion erstmal erfolgen auf dem 4-Stunden-Chart. Jetzt ist es so, dann würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall mal rein Richtung 15-Minuten-Chart. Und wir müssen uns den 1-Stunden-Chart heute mal anschauen. Deshalb würde ich sagen, wir starten jetzt mit dem 1-Stunden-Chart und schauen uns dann den 15-Minuten-Chart an. Let's go! So, alright. Also wir sind nämlich jetzt hier auf dem 1-Stunden-Chart. Bevor wir hier weitermachen, möchte ich dich noch auf etwas aufmerksam machen. Und zwar haben wir am Montag wieder ein Special-Webinar. Und zwar mit unserem Grade, das heißt mit unserem Coach. Das bedeutet, wenn du da Bock drauf hast, melde dich da auf jeden Fall an. Link findest du unten in der Videobeschreibung. Da ist es dann auf jeden Fall so am Montag um 19 Uhr für euch dann hier Special-Webinar, Special-Workshop. Da sind immer sehr, sehr viele Leute dabei. Deshalb, wer dabei ist, ist dabei. Wenn voll, dann voll. Deshalb schnell sein. Link findest du unten in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Jetzt siehst du hier auf dem 1-Stunden-Chart, dass wir nämlich nichts anderes gemacht haben, als gestern das Breakout zu machen. Neues Jahreshoch reinzuballern. Und was ist dann passiert? Wir haben nichts anderes getan, als hier unten nochmal diese Hochs hier anzulaufen. Diese Reads zu testen und dann wieder weiter nach oben zu ziehen. Also das ist wirklich ein perfektes Breakout gewesen. Muss man ganz klar dazu sagen. Besser geht es eigentlich fast gar nicht. Und auch hier, schaut es euch an, Vektor-Kerze. Sehr, sehr viel Kaufinteresse kam rein. Was passiert? Wir holen die Vektor-Kerze ab, gehen rein in den wichtigen Support und zack, kommt wieder das nächste rein. Jetzt haben wir aber hier auf dem 1-Stunden-Chart auch eine größere Vektor-Kerze. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist immer noch da, dass wir hier runtergehen. Aber schaut es euch einfach mal an. Wir halten wirklich sehr, sehr stark den 20er EMA. Und wir sind jetzt hier in dieser Konsolidierungsphase. Das, was ich dir gerade eben am Anfang schon des Videos erklärt habe, dass ich jetzt am Wochenende nicht stark davon ausgehe, dass wir hier großartige Bewegung sehen sollten. Sollten wir dennoch vielleicht diese Bewegung sehen, gehe ich davon aus, dass spätestens bei 38,4 erstmal wieder Feierabend ist und die Market Maker dann hier wieder den Kurs nach oben drücken. Das heißt, zum kurzen Weg nach unten, um dann sofort wieder aufzukaufen, kann durchaus möglich sein. Erwarte ich jetzt aber erstmal nicht. Also das auf jeden Fall auf den 1-Stunden-Chart. Dann gehen wir rein. 15-Minuten-Chart. Für euch Daytrader wird es natürlich jetzt interessant am Wochenende. Ja, wie Zeitwärtsphase. Aber wir müssen uns das natürlich trotzdem ein bisschen anschauen. Und zwar unser M3-Level ist hier im Moment sehr, sehr starker Widerstand. Schaut euch das mal an. Der M3, und zwar das liegt bei 38.840 US-Dollar, beziehungsweise 38.839, um ganz genau zu sein, werden wir immer wieder hier abgelehnt. Wir werden immer wieder rejected. Wir kommen hier nicht drüber und schaffen es nicht nachhaltig, einen 15-Minuten-Close über diesen 38.839 Dollar hier drüber zu haben. Unter uns, Daily Open, liegt im Moment bei 38.683. Hier haben wir einen schönen Support reingekriegt. Du siehst es hier nochmal ganz gut. Wunderschöner Support. Einmal Daily Open nochmal angehettet, nochmal schöner Support. Also da hält sich Bitcoin wirklich sehr, sehr, sehr stabil. Und man muss halt jetzt dazu sagen, und jetzt haltet euch nämlich fest, es ist nämlich so, dass unsere M-Level sehr, sehr stark jetzt hier weg sind voneinander. Bedeutet, wir haben halt gestern eine sehr, sehr starke Bewegung gesehen. Und diese M-Levels werden natürlich von Tag zu Tag immer neu berechnet. Wenn du dann am Tag über eine sehr starke Bewegung nach oben hast oder auch nach unten, dann ist dieser Abstand von M3 zu M2 natürlich sehr, sehr, sehr groß. Das bedeutet, wir haben im Moment eigentlich nichts anderes als eine Range von M3 zu M2 von knapp 700 Dollar. Das ist schon ziemlich viel. Normalerweise ist es im Schnitt immer so 400, 500 Dollar, je nachdem. Aber war natürlich auch schon mal mehr. Aber 700 Dollar ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Bedeutet für uns nichts anderes, dass sich Bitcoin in dieser Zone komplett aufhalten kann und eigentlich nicht viel passiert. Es wird erst interessant, wenn ein M-Level nach oben oder ein M-Level nach unten durchbrochen wird, weil dann haben wir hier unten natürlich wieder dann die nächsten M-Levels. Unser Psi-High und unser Psi-Low liegen im Moment noch unter uns, wird aber von heute Abend auf morgen früh neu geformt und neu gebildet. Das bedeutet, wir werden unsere Psi-Level hier oben irgendwo reinkriegen dann am morgigen Tag. Da hauen wir uns natürlich dann nochmal ein Update-Video rein, weil da wird es dann natürlich interessant, wie diese Psi-High und Psi-Low-Level dann hier dementsprechend reagieren. Sonst, Stand jetzt, würde ich jetzt erstmal abwarten, schauen, wie sich der Kurs verhält. Wir sind in der Konsolidierungsphase, genießt erstmal euer Wochenende. Wenn es zu so einem WIC nach unten kommt, denkt dran, das sind Market Maker Bewegungen. Die Wahrscheinlichkeit liegt zwischen 80 bis 90 Prozent, dass wir sofort wieder aufgekauft werden. Solche kleineren Bewegungen, wenn du vorm PC bist oder direkt am Chart bist, kannst du natürlich mitnehmen. Ja, deshalb da so als kleine Info noch für dich. Dann gehen wir rein Richtung Ethereum, schauen uns Ethereum an und Ethereum versucht zumindest mal Richtung 2145 Dollar zu laufen und zu gehen. Du siehst das hier nochmal ganz gut, das heißt, unser Double Top ist erstmal jetzt hier ad acta gelegt, das können wir mal wegmachen. Also Ethereum hat gerade noch so die Kurve gekriegt, wir müssen weiterhin über die 2145 Dollar steigen, weil wenn wir das hier nicht durchbrechen, haben wir kein Potenzial, dass wir auf 2500 Dollar gehen. Und dieses Level wird natürlich auch kein leichtes werden, das heißt, die 2145 solltet ihr bei Ethereum auf jeden Fall im Auge behalten. Dann gehen wir noch kurz rein, schauen uns die Liquidität an, weil, schaut euch mal an Freunde, die Liquidität hat sich jetzt hier verschoben, beziehungsweise es ist was Neues reingekommen. Durch dieses Breakout und dieses erste neues Jahreshoch wurden hier knapp 400 Bitcoin gesnackt und aufgesaugt, ja, also das heißt, hier wurden knapp 392 Bitcoin in den Markt reingeholt. Und jetzt ist die Sache natürlich interessant, weil unter uns, ja, nachdem jetzt hier diese Coins hier absorbiert worden sind, wurde unter uns knapp 348, 350 Coins bei 38.000 Dollar reingelegt. Dann ist hier die Position auch größer geworden bei 37,5 und zwar auf knapp 290 Coins, davor lagen hier nur 201, also knapp 90 Bitcoin wurden hier unten dann nochmal zusätzlich mit reingepackt. Und bei 40.000 US-Dollar liegen weiterhin 357 und du siehst, wenn du jetzt ein bisschen rauszoomst, dass wir eigentlich genau in der Mitte sind, ja, zwischen Liquidität unter uns und Liquidität über uns. Das heißt nichts anderes, die Market Maker, vollkommen egal, ob die nach unten drücken oder nach oben drücken, vollkommen wurscht, sie haben in beide Richtungen Liquidität. Und das ist halt so ein bisschen, na, was mir nicht so gefällt und deshalb müssen wir das im Auge behalten, wie sich hier diese Positionen verschieben. Es kann auch Spoozing sein, was bedeutet Spoozing? Spoozing bedeutet, man legt Positionen hier rein, um den Kurs nach unten zu drücken und kurz bevor wir hier unten reinlaufen auf die 38.000 US-Dollar sind auf einmal die 348 Coins weg. Das ist Marktmanipulation, das ist in den regulierten Märkten, in zum Beispiel den Nasdaq, S&P und so weiter nicht erlaubt. Das ist sogar strafbar, ja, und bei Bitcoin, bei Krypto, weil es ein unregulierter Markt ist, noch, ja, noch erlaubt. Und das ist halt immer so ein bisschen ein Problem. Aber nichtsdestotrotz wollte ich euch das auf jeden Fall mal mitgeben. Dann noch ganz kurz einmal zu Femex und zwar, wenn du da natürlich Bock drauf hast und sagst, hey, ich möchte auch den PT-Token, ich möchte in der Zukunft dann auch weitere geile Sachen hier mit abstauben können, kostenlose Token, Launchpad und so weiter und so fort. Melde dich doch gerne an mit meinem Affiliate-Link einmal bei Femex und bei BitGuard. Bei Femex gibt es 10% noch mal Rabatt und du kommst rein in den Lostop für 1.000 US-DT an Trading-Bonus. Also auch noch eine ganz coole Sache. Deshalb, wenn du da Bock drauf hast, schau da gerne rein. Somit unterstützt du diesen Kanal, ist auch kein Geheimnis. Das bedeutet, diese Gebühren, die hier anfallen, hier unten, würden normalerweise 100% an die Börse gehen. Davon bekomme ich einen Teil dann davon ab und somit unterstützt du diesen Kanal und diesen kostenlosen Content und vor allem natürlich auch diese Trades, damit du dein Portfolio hier nachhaltig nach oben hin verbessern kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Samstag. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Lass gerne ein Abo da und dann hören wir uns spätestens morgen früh zum Update-Video. Schönes Wochenende euch. Haut rein, dein Basti. Ciao, ciao. Ciao, ciao.